Hallo liebe Fußballfreunde, Thema TV HWC, 3. Liga, 2021, 2022, 6. Spieltag, SV Meppen gegen TV HWC, Ergebnis 1 zu 0. Startelf von SV Meppen. Krokruk, Startelf, TV HWC, Gutite, Ackenberg, Hölster, Tarski, Rintel, Dratelw, Dreschenbecker, Döger, Roré, Rosé, Langfeld, Langenbacher, das war's von SV Meppen gegen TV HWC, 18.29 Uhr, Donnerstag, 1.2.2024. 1.2.2024. 1.2.2024. 1.2.2024. 1.2.2024.